Hallo Leute, ich bin Kirsten Jekel und ich mache seit Dezember 2020 eine Fortbildung von Philipp Lang, ein Coaching von Philipp Lang. Und warum habe ich das angefangen? Ganz einfach, ich betreibe seit 15 Jahren eine Musikschule Fröhlich. Leider hat mir die Pandemie zwei Drittel meiner Schüler genommen und auch jegliche Form von Werbemöglichkeiten. Dementsprechend musste ich mir neue Wege suchen und was für mich klar war, war die Tatsache, dass wir im Internet einfach die besten Möglichkeiten haben, sehr, sehr viele Kunden zu erreichen. Da kam mir natürlich dieses Video, was ich dann von Philipp Lang im Internet gefunden habe, sehr, sehr recht und ich habe mich mit der Sache sehr intensiv auseinandergesetzt, zugegeben. Ich war am Anfang, hatte ich auch meine Zweifel und auch ein bisschen Angst, aber diese Angst wurde mir genommen in einem sehr positiven Telefonat und danach habe ich dann, bin ich all in gegangen, wie man das so schön sagt, und habe angefangen, dieses Coaching an dem Training teilzunehmen. Ergebnis bis heute, ich habe schon einige Kunden für meine Musikschule gefunden und bin inzwischen so weit, dass ich auch anderen mittelständischen und kleinen Unternehmen helfen will, diese unglaublich tolle Möglichkeit zu nutzen und deswegen freue ich mich jeden Tag wieder an diese ganze Sache ranzugehen und weiterzumachen. Was außerdem noch ganz toll war, war die Zielsetzungsmotivation von Philipp Lang. Das war für mich eine echt wichtige Geschichte, denn ich war schon ziemlich down nach dem Lockdown-Jahr und dem Corona-Jahr und jetzt geht es mir wieder richtig gut. Ich starte wieder durch und ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die da kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich über die nächsten Aufgaben. Bis bald. Tschüss.